herzlich willkommen zu einem neuen video mit prober iq option ich handle 60 sekunden und meister trade beträgt hier 2000 us dollar als nächstes suche ich meinen passenden trade nach meinen einstiegskriterien metatrader 5 unter berücksichtigung meiner indikatoren in metatrader 5 und den tagesnews euro us dollar sieht ganz gut aus da steige ich ein gegebenenfalls noch mal sollte er in die gegenrichtung gehen und im verlust sein aktuell ist dies nicht der fall sollte nicht mehr schief gehen noch zehn sekunden gleich der deutlichen gewinn perfekt ich suche noch einen trade noch bis ende des jahres kannst du dich für mein privateinzelcoaching 10k bewerben nächstes jahr ist dies dann nicht mehr möglich da ich aufhöre ganz aufhöre britisch und jen den habe ich leider nicht vielleicht geht noch mal in euro us dollar ein geht noch mal runter okay ich gehe noch mal rein sieht auch sehr gut aus sehr deutlich im gewinn aktuell hier sollte auch nichts mehr anbrennen perfekt bis zum nächsten mal adios